Ich will aber nicht ins Hangar gehen unbedingt. Ich hab meine Streamer angehauen. Ich hab meine Streamer angehauen. Ich hab meine Streamer angehauen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es aber schon immer noch. Ich hab meine Streamer angehauen. Ich hab deine Ahnung. Ich hab's meinen게, nehm ich. Ja, ja. Was ist das denn? 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 Ist halt so wie es ist. Ich hab nach... Noch mal der Mutter so normale. Nein, danke. Ich bin aber kurz anrocken. Okay. als den hellwien events viel gemacht ich hab doch nicht drauf geguckt ich hab doch nicht drauf Vielen Dank. 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 Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schade. Okay. Ich habe... ... 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 da hab ich richtig gelacht, da hab ich richtig gelacht, was war ja auch im stream drinnen ach, ab aus dem haus, alter es gibt ja so viele Häuser zum looten fand ich, hier gibt es nicht Autopistolen, also wir haben die nicht weggelootet ist ja jetzt ja was vor der Scheibe, klasse ja, noch was zu schießen, wenn er was braucht ups, wo ich, sorry viel zu viele Geräte ich glaub ich muss wieder ein halbes Jahr aufnahmen gehen genau, 10 Minuten da gewesen, schon die Schnauze voll schon die Schnauze voll hier habt ihr alles drauf, ne hier ist noch AK-Pico da hab ich gerade eine gefunden, die hab ich auch genommen ich bin versorgt will jemand einen Raketenwerfer haben? nö ich geh immer fix in das blaue Haus, ja ich geh Richtung Fahne da ist ne Kiste noch, Pico will das jemand haben? ja, ich geh zur Kiste und dann zur Fahne ist eh weg viel zu viel Geräte oah ey die nervt mich schnell einfach machen uuh dann mal mit Sturmgewehr lokalisiert schau mal schau mal ja ich hab noch kein Trophy gefunden, nur so als Info ich hab eins haben wir noch irgendwo eine Fahne hier? ach ne ist Kacke hier wie Geld haben wir mal ausliefern könnte man sich theoretisch holen Job ist hm bloß hier hinten bei uns nochmal wir wählen da muss wir wählen da muss wir wählen da muss es kommt jetzt vorne weg hm wir könnten das Auto nehmen vielleicht oder wir laufen ich würd laufen jetzt hier ist ne rote Kiste MP hier drüben wir haben wir oh ja 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 das weiß ich das weiß ich man nimmt mal eher noch die Panzerungskiste mal mit her sonst muss ich meinen Trophy wegschmeißen jup 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 hab's schön getan ok ich find keine Platten irgendwie naja egal soll ich dir welche geben? wie wär's? eine extra eine extra du hast ja grad die Panzerungskiste mitgenommen ja alles gut alles gut eine hab ich noch wollen wir das Auto nehmen oder laufen? laufen hat er gesagt ach ja komm mal laufen das bisschen ne gut Autos mit dann doch zu auffällig mir auch immer aber ich richte mich nach äh Annie gar kein Problem ne ich fahr auf was du tackerst? du wehst was passiert wenn wir Auto fahren da fahren wir plötzlich in der falschen Richtung hier oben hätten wir einen Shop da können wir uns eine Ausführung holen sehe ich gerade wenn wir das wollen ich hab grad ein gutes Equipment aber ja da mach ich mach mein Geld hin und wenn das Rest was übrig bleibt können wir uns noch selbst dabei holen ich pass hier hinten auf irgendwas snipet doch mich und ihr werdet beschaffen ja weg da weg da weg da Scope Plattenkiste noch mitnehmen mitgenommen boah ich weiss nicht wo der Scope ist komm habt ihr schon was geholt ne? ich hab die Kiste geholt ja ach so dann lass uns hier hinten den Hügel gehen boah ich klack ne erstmal kann ich da ja hinlegen hier oder? Pico du stehst genau da unten geschossen will er noch nicht ne 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 ich steh safe ab zur Kiste aber Leon könnte noch Platten holen gehen vielleicht ja klar der legt die Plattenkiste jetzt hierher und gut ist und sammelt die Platten hier mit auf ich hab die Kiste hin Pico ich hab die nicht ich hab dich grad gefragt die Kiste hat irgendeiner noch mitgenommen du hattest die mitgenommen ich rede von unserer Auslieferung achso wurden grad vom Scope beschossen und konnten nichts machen ja dann gib das Geld hin dann hol ich das jetzt ich hab die Lieferung schon ja hab ich doch grad gefragt da bitteschön ich hab nach der Plattenkiste gefragt Mann hä Pico ich hab doch grad gefragt ob du die Auslieferung hast oder sagst du ne? ja da hab ich ja auch gesagt mal auslieferen Mann hinter uns so von allen Seiten Pico ich hab dich gefragt wegen der Auslieferung da hab ich gesagt ich hab Piki Kalle ja du hast die aber nie die hat irgendjemand genommen hast du gesagt ich hab vorher schon mal zu gefragt und jetzt ging es darum dass wir in der Ecke gehen und die Plattenkiste schmeißen nein so stopp wir haben grade voll verkackt hört auf zu diskutieren Pico es wurde 20.000 mal nachgefragt und ich hab ja gebraucht ne klare Antwort ne klare Antwort ne klare Antwort alles geregelt wir diskutieren laufen da vorne im Kreis und diskutieren und diskutieren und werden von allen Seiten weggeschossen voll peinlich mhm dein Teammitglied hat den Kampf verloren und geht zur Basis zurück jetzt bist du dran mach dich bereit ich hab's geschafft ich warte erstmal wer liebt denn für uns noch keiner meiner mhm wie schnell ich warte ich warte in der Luft da kommt die Auslieferung guck mal wieviel das sind siehst du das das müssten zwei gewesen sein ich will nicht zur Auslieferung wo sind wir gestorben weiß keiner mehr ne ja das schaffen wir nicht mehr dahin die sind von allen Seiten geschossen worden von Häuser Dächern von überall das weiß ich schon ich wollte nur dass Pico fix die Ausrüstungsdings hinhaut und dass wir los machen aber ok ich war auf Plattenkiste aus Pico hat nicht geschafft oder was nein gut wo wollen wir hin ungefähr da wo ich markiert hab sind wir gestorben ungefähr müsste aber schon in der Zone sein ja wirklich zwei Leute ok komm lass uns runter wo vorne guck er drück ich hab drück ich hab gedrückt naja das hab ich auch manchmal ja das haben sie auch noch nicht gefixt ne ich glaub ich hab geist klasse mitgenommen ich hab geist klasse ich hab aber keine Munition natürlich ne ohne viel ne 30 Schuss geh hier ins Haus mal gucken lass uns ins Haus gucken ja ich hab Herzschlag Sensor ja ja da drüben sind welche ich geh hier lang ja ich glaub ich steig mal noch nie drauf ne ne lass uns mal langsam mal hier 30 Schuss du hast auch keine Munition ne hm Schrotflinte hab ich jetzt ja feindliche Drohne über uns schrotflint ins Gelb geh nochmal hier rein und dann hier leicht rechts das Haus oh ich war schon beschossen von rechts komm rein hier oben aufm Berg oben aufm Berg ja ich komm jetzt nicht rein ne ne lass mal oh Mann sie haben selbst in der Fracht antworten voll verzogen alter bleib da mal safe bitte mhm hier irgendwo markieren ist nur einer weiß nicht wo der andere ist wer hier auch auch gerade die werden doch von oben wurde von oben noch beschossen wir müssen hier weg wir müssen hier weg die laufen den Berg hoch komm lass uns Richtung oh fucks sake hinten raus ne links weg ist halt alles kacke hier na komm 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 go 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 jaja wir verpissen uns komm entweder wir gehen drauf oder wir gehen nicht drauf gehen wir jetzt ein bisschen kann man nicht so polieren war schon besnipet ja alles klar also rechts von der Feuerwache schließen sie hau einfach ab ist ein Sniper oben im Turm äh ok sieh sie sich nicht ach so dass man da natürlich mit der K98 trifft man auch mit 3 Schuss mit der K98 3 Schuss 3 Treffer bei Leuten die laufen willst du mich verarschen ja das sind wahrscheinlich die Konsole Spieler die haben doch diesen diesen E-Mail ja komm Alter wer mit der K98 spielt noch nicht mal mit der Konsole so gut so ich will da noch ein dunklen Mutt gucken ja dann guck mal nach dem dunklen Mutt müsste da sein bitte bitte ja bin ich bin ich draußen weil ich hab hier irgendwas mit Beutegeld nein ich will kein Beutegeld ach so da haben sie das geändert wann ist das jetzt Beutegeld ne das kannst du ja mal absprechen das stimmt dann hab ich nicht gesagt dann haben sie das geändert wird so Chakkanade Royale gibt's ja noch Chkone Neustadt Sampee Royale Einzelne überlebende Süßigkeiten Beide geben Vorstück ah Ahem. Ahem. Thomas spielt Sandstorm Was ist kaputt? Ich sage da, Thomas spielt Sandstorm Geht eigentlich auch das Spiel Man kann sich lehnen Das fehlt bei COD manchmal auch ein bisschen, dass man sich so lehnen kann, finde ich Ja, definitiv Ja, total Das hatten sie ja rausgenommen wegen der Consoleros Zu viele Tasten halt Ja Der Katzen kommt ja bald mal zur Ruhe her Macht gleich mit Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achtet Naja, schießen könnt ihr auch nicht, ne? Ich schweb da nur ganz leicht am falschen mitten ins Prison rein Die ballern alle auf mich und ich krieg vielleicht jeden zehnten Schuss mal einen ab Bei Frau? Noch leichter ist, wenn ich einfach nur noch stehen bleibe, ey Und die vier Meter vor mir sind Ja, besser wie vor uns gerade Mit drei Schuss und weg Ja, das war Ah, da ist noch gut mit drei Schuss Ich habe es meistens erst immer noch einen Schuss brauchen Ich würde Lamba ganz cool finden Ich denke, du wirst nichts sagen Ich habe nur gesagt, dass ich es cool finden würde Ja, dann gehen wir mal dazu ein cool hin Da ist bestimmt die Hölle los Ja, das ist immer Glück, Sarah Ich habe alle sammeln und war doch froh Richtung Tankstelle bei Bröt ist dann über die nächste Karte Ernsthaft Also bei mir ist ein Fallschirm gelandet Fallschirm gelandet? So ein Gegner Ja, hier ist ein Gegner dran in dem Fallschirm wahrscheinlich Nee Sind das eure Steps, Schiffe? Ich laufe draußen rum, ja War das gerade dein Glas? Ja, das war ich Geh nochmal hier rein Wie nah ich die Schüsse höre, ne? Ja Ich hab das dann noch mal mehr, ne? Ich geh mal in Ordnung Ich geh mal in Ordnung Lieber jetzt als zu spät Ja, warte mal Leon ist ziemlich weit hinten gerade Der läuft genau in die andere Richtung Dort sollte ich noch gelandet sein Ich müsste dort sehen Nein Ich bin beim Leon im Ober Bestimmt mehrere runter Das weiß man nicht Oh, wieso kann ich nicht schießen? Oh, was ist denn jetzt? Inselschusswaffe, Scheiße Das ist ja schlecht geschossen, ne Sie ist jetzt im Gulag Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden Gut, vorne kommt Der Kampf ist bereit Du kannst deinen Gegner mit Wolken unter Steinen verspotten Das verkürzt die Wartezeit Der nächste vorne wäre dann hier Mach dich kampfbereit, du bist gleich dran Oder hier Oder hier Oder hier Oder hier Was, ich bin... Nein, du bist noch dran Ah, ok Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front Doch wenn du verlierst, war's was Ja, noch dort Irgendwas soll ich machen Soll ich rüberkommen Oder kommst du her Haa, ich werd nur zu dir rüberkommen Hörst du mir doch eine Belebung oder was? Mhm Wann bei'n Leon? Nee, bei mir Und noch eine Selbstwiederbelebung Medizinische Versorgung Komm her Das sollte doch nicht so schwer sein hier die scheiß Steine hochzukommen Ey Jetzt geht man immer so aufs Schwein hier Markiert die Selbstwiederbelebung nochmal bitte dann gleich Schreibt ja auf'm weiteren Weg Ich warte hier, oder? Ach du bist da... Ach Gott, das ist nur, wo bist du denn? So war vorne, Höhlen Achso Ich geh nochmal mal kühren, wo das war Also in die Richtung Komm zu meinem Namen Komm zu meinem Namen Hier gibt's medizinische Versorgung Wie wär das geh du, Leon? Ich leg'n Leon da inne hin Ich hab jetzt eine Ich hab jetzt eine Danke So Wo sind wir denn? Wo können wir denn? Wenn wir Richtung Mitte gehen, Richtung Stadion Würde ich sagen Gehen wir aber Das ist alles scheiße Das ist echt alles scheiße Wollen wir mal cool sein und Wollen wir cool sein und äh Hier oben lang Ich geh' in die Richtung Ich geh' in die Richtung Wollen wir mal Oh, Alter, ich hink' fest Gibt's da oben eine Station zu kaufen? Hab' ich nicht geguckt Harte, ich guck' Hm Ja, hier Ja, da Da würd' ich gerne hingehen Ja, hier war'n schon welche von uns Auf jeden Fall Dann hol' ich uns mal ne Auslieferung Bis wir dode sehen können die Wurde behauptenfalls Von links wird geschossen, glaub' ich Naja, wer weiß Wie weit das weg ist Habe ich grad'n Falschen gesagt? Hm, ich ne Ich hab' das ähnlich gehört Was könnte ein Vogel gewesen sein? Welcher Vogel hört sich an wie ein Falscher? Im Pico ist das möglich Die Gelbe Zypresse oder Wie heißt der Vogel? Wie die Worf? Die grüne handeln Wie viele St강 Also hier waren du auf jeden Fall schon Gegner Sagen gibt's Wundern Maddiein Na, alles gut? Joa, klar Naja, mehr oder weniger Halt geschlagen Also Wundern Jaaaaa ein bisschen wach bin ich schon. Digga, was macht dein Rücken? Unverändert. Unverändert? Ach, du ahnst es nicht. Aber ich habe jetzt eine Idee und einen Plan, den muss ich nur noch umsetzen. Das versuche ich am 29. Das da wäre? Einen Ausbilderschein. Ein Naderschein. Ein Naderschein. Mhm. Ausbildereignung. Eine Woche Lehrgang und dann? Und dann arbeiten. Als? Äh, Dozent quasi. Digga, kannst du nur selbst reweilen? Ach ne, das haben wir ja alles. Vielleicht noch eine Drohne holen oder sowas? Äh, erst so muss ich bei meiner Vermittlerin dabei mal. Wo immer, Muni, praktisch. Na egal. Hier steht ein Trovi rum. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz mal oben. Also einen anderen Channel. Jo. So, laufen wir jetzt hier weiter im Kreis oder wollen wir versuchen, auf die Wurte gehen. Guck nochmal kurz bei der Auslieferung. Das Gas verbreitet sich. Schnell, wenn ich mir mein Skopner holen. Ich wollte das gleiche tun. Ich würde gerne in das Stadion umwandern. Aber am Stadion kann man mittlerweile reingehen, ne? Mhm. Das ist ein Spadekist. Hier kommen welche, hier kommen welche. Die gehen zur Kiste. Schieß mal nicht, ich lass die mal hin. Ich hab nicht vor den... Ich hab nicht vor den... Ja, 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 na klar, krieg ich einen One-Shot, Alter. Kommt zu mir. Kommt zu mir vor mich. Lass, schieß weiter. Das ist... Alle ziemlich low. Geh mal linksrum mehr. Da ist noch einer K.O. Nur das Skirp wiederlebt. Nur noch das Skirp. Und dann kommt ein Falscher. Das ist ein Auto. Okay, nehm ich mal mit dem Ding. Weil der ist eingestiegen. Da hinten läuft noch einer. Ja, lass sie ab. Die hauen jetzt ab. Okay, lass sie abhauen. Ich hab aber bloß drei Schuss noch. Ja, noch wird tot. Sie sind trotzdem noch tot. Wieso krieg ich einen One-Shot um den Laun, Alter? Will der mich veräppeln, oder was? In die Korps. Ja, aber trotzdem. Immer raus, die lauf. Verstehst du? Da hinten Skirp, da hinten Skirp. Aus der Tür raus. Vergiss das wegen Muni. Ja, dann. Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Verkirrt immer, Pico. Ich seh deine. Nee. Am gelben Punkt, an der Eingangstier war das. Markier verkar... Okay. Können wir mal... Lass uns mal ein bisschen raus... Außen rumlaufen. Ach, ihr seid schon unten? Ach, okay. Das ist ja schön. Lauf mal hin zum Geschehen. Feuerzeug geholt. Ja. Jo, Herr Schlagsensor, habe ich einen Kontakt. Zweidkontakte auf Südwest. Komm mal, ich komm mal. Sie beschießen sich da gegenseitig. Das sind mehrere. Hm. Oh. Oh, oh, Lüftschlag. Wir müssen ins Haus rein. Ich bin drin. Oh, nicht das hinzumachen. Ja, okay. Ich muss auch irgendwo rausgucken können. Hashtag-Sensor sagt nein. Aber da waren mehrere, auf jeden Fall. Wir sind bestimmt weiter. Da waren bestimmt schon welche an der Kiste. Oben bei... Auf dem Stadion oben drauf. Bei 2, bei 2,55. Kontakt in der Nähe bei uns. Hm. Direkt vor uns, quasi. Einen hab ich. Ich hab keine Platten mehr. Der war aber so verblätzt, der Typ. Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla-Kla. Alles da, ja. Ja, der war... ...weindliche Vorratshelis im Antrieb. Nur wach. Platten kann ich euch abgeben, wenn ihr braucht. Alles gut so. Da wurden Plattenkissen dabei, oder? Ähm, ja, ich hab... ...Munikkäste, aber ich glaube. Ich nehm mal seine Scope. Hier liegen Unterplatten rum. Hier haben wir. Wir haben Platten vorher. Benni, wie viele hast du? Ich hab acht Stück. Gut, jetzt haben wir alle acht. Hier liegt noch eine gute MP5, wenn die anderen haben wir. Nein. Warum marschieren wir eigentlich wieder Richtung Stadion? Ich wollte eigentlich ums Stadion drum herum. Weil wir etwas gefestigt hatten. Wir sind ja schon fast ziemlich mittig, ne? Ja. Tun wir hier verteidigen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein Fan von dem Raum hier. Der Raum ist wirklich scheiße. Der gefällt mir gar nicht. Oder wir versuchen hier hinzukommen, aber... Können halt schon welche sein. Ja, lass uns doch Stadion rein. Und dann gehen wir da rein. Das sind Leute. Das sind welche. Ja. Ja, bestimmt. Aber das sieht ziemlich mittig aus. Weint nicht, Herr Juggernaut auf dem Feld. Der mittig? Oh, na ja. Du arzt. Hoffentlich haben wir den zum Schluss nicht. Vor allen Dingen, der ist direkt bei uns gewesen. Der haut nämlich gerade ab. Vorne ist ne Auto unten, am, am, oder eben. Auf dem Stadion, wie gesagt, waren auch welche. Wollen wir da in so einen Raum, so wie das da näher? Mal gucken. Ich weiß einfach euren Herzstreck-Spowern. Das hat nichts zu bedeuten. Das Gas kommt näher! Neue Sicherheitszone wird markiert! Das heißt gar nichts, ne? Oder versuchen, dass wir an die Ecke so kommen halt dann, ne? Oder hier an, hier hoch? Ne, ich würde glaube ich nie hochgehen. Hier sind wir wohl noch. Ja, dann gehen wir halt in die erste hoch. Wir lassen uns, wie gesagt, hier an die Ecke laufen da. Ja, dann warten wir erst mal in die Zone kommt. Hast du den Sniper mit Figo, ja? Ich hab den Sniper mit, ja. Ich auch. Ich treff mit dem Ding zwar nichts, aber egal. Das ist wichtig, wenn wir dort irgendwo ein Fenster hätten, ne? Ich will eventuell jetzt abhauen. Ja, du hast keine Karte. Wir müssen bloß aufpassen, hier gibt es irgendwo noch eine Tür, wo sie raus können. Und hier ist noch ein Krat, wo sie hoch können. Ja, ja. Passt eine Weile hier hinten auf die Richtung. Warten bis die Zone kommt, oder? Oder wollen wir gleich weiter näher, oder? Ne, wir warten bis die Zone kommt. Oder ich mal auf. Lauf deine Rechnung auf, Pico. Mach sie hier hinten auf. wir wissen ordentliche schaufschützen gewahren ich hab schon eins danke ich würde doch meins abgeben dann nicht eins oh gott fast nicht dann tausch mal wieder das visier eng mich ein bisschen und da schießt schon mal aus der richtung wo du ihn guckst laut schuss war es links von mir ich gucke auch noch so mir nämlich links du hast eine drohne dann picko ich hab eine drohne ja feindliche drohne über uns feindliche drohne über uns natürlich ich habe sie markiert sie mich ich weiß ich hab die markiert ich würde da nicht ans fenster gehen picko ich wurde da erschossen die sind runter gehüpft ja wir müssen auch langsam gleich weg ne ja noch nie hier am einkaufswagen bei uns ist einer vielleicht schon noch scheiße trefft denn der das sind lehn das breitet sich aus wir werden versuchen dann später irgendwo auf ein dach dazu kommen auf jeden fall sind bei uns in der nähe wo im shop noch welche schritte glaube ich auch über uns ich erfah- kann sie ja beim herzschlagsinsor nicht erfassen die sind draußen pico hör auf so blüftend eh das tut feindlicher klaster schlag hinter dem kümpt feindliche drohne über uns hinter dem push ist noch einer hao geht nichts durch geht nichts durch ne shield broke kommt der monitor her ja ja da ist noch einer hinter einer habe ich gerade spiel broke gemacht aber auch keine näht und nix ne ja da ist noch dort noch ein büsch ja ja du guckst rechts ich guck links ich guck links sie nicht durchschießen es nervt durch einen busch kann man nicht durchschießen hat hielt aber hat mich auch getroffen da hat auf jeden fall einfach nur platten drin na ja neuer sicherheitszone wird markiert auch kann man hier oben drin bleiben hat hielt ich geh mal zum nächsten fenster nach rechts mal gucken ob ich mich da sehe guck links guck links ich guck links ich geh ans ich bin one shot ich dachte du guckst rechts ich hab gesagt ich geh zum nächsten fenster nach rechts ach du ich helfe dir ich spreche doch bitte vernünftig ich freu bitte ziergesicht ich geh auch mit rüber ja mach dir mal ich hoffe dass eigentlich keiner mehr hochkommt auf die etage sind seid ihr einmal noch unter dem busch nein es ist doch schon im nächsten markiert da hinten ja ist weggelaufen ich geh in die richtung warten habt ihr noch genug so er ist weg so richtig tot tot nein er ist weg er ist weggelaufen da hinten rennt ein team vor allem ein das ist weg da und hier ist was der ist das ist wir haben schon wir haben wir haben das haben jetzt haben wir welche runter hier auf dem haus achtung da zwei man mit scope einer wir müssten jetzt langsam raus wahrscheinlich oder ja wir sind tot irgendwo unten am stadion war gerade noch einer glaube ich habe gerade mal auf der korrektur gut jetzt müssen wir los und braun unten rechts unter uns rechts ja direkt unter uns das nächste fernstück gehen das sind zwei stück mindestens ach leider bin ich zu schauen verdammt keine 25 ziele mehr töte sie alle wir sind gleich los guck da dass ich da hinkomme piko ich bin die drohne ihr seht dass die beiden hinter euch sind ja die suchen uns dort aber auch noch ja dann schild ihr seid im kreis da sind sie nicht schießen links und rechts gerannt links sehe ich nicht mehr ich bin unten an der mauer zusammen sind drei mann komm jetzt in deine richtung genau jetzt laufen sie nicht schießen nicht schießen hast du eine krasenmaske jetzt geht nach links hoch dort schießt es hin da wird es hingeschossen wo in dem haus sind die aufwäscher sonst eine weile hier warten da hast du eine maske ne ne ich hab eine ja und das gewechselt nervt mich halt dann lass mich dann vorlaufen irgendwo hier hinten sind welche ja und direkt hier unter dem container hier schießt es auf vor dem haus drüber oben drauf aber ich muss jetzt leider raus ich werde sterben genau auf dem haus oben drauf hier das kann ich mich hören mal die beste posi mal die beste posi schade da kommt noch einer wir sehen wer gewinnt hier war lasst mal zuschauen wir sehen wer gewinnt Ich dachte das war der letzte und renn noch mal hin. Na super, ich hab null Abschüsse und die meisten Schaden gemacht. Sehr schön. Die auf den Haarisch-Anhalt gewinnen, oder? Und ich kann das nicht sehen, weil das so lange dauert, der Spielerwechsel. Ja, bei mir oben. Ja, ist eh vorbei. Super, ne? Ne, zwei Teams auch. Innerer lässt noch. Jetzt sind es immer noch zwei Teams. Aber warum hat er den nicht genockt jetzt, oh lol? Der hat noch ein bisschen. Der gewinnt das jetzt noch. Der hat's gewonnen. Der hat alleine gewonnen. Ne, der andere hat doch selbst gewinnt. Der hätt'n locken müssen noch. Weil ist doch gestorben. Gau was. Der könnte nicht mehr raus. Hätt' ich Usse gemacht. Wo hätt' der denn hin sollen? Jetzt überlegt doch mal. Der hat grad, wenn ich das richtig möglich hab, einen 3-Optimen alleine gelegt. Keine Ordnung. Ach ja. So könnte es aussehen, wenn wir drinnen sitzen. So könnte es aussehen, ja. Geh gut an der Woche. Könnte. Und bist du wach, Syro? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Yeah. Können die das killen? Ich hab Ack gespielt. Ich geh gleich ins blaue Haus rein. Jo, ich geh mit aufs grüne erstmal. Ja, wir brauchen leider da rein gehen. Quatsch. Angriffsfreigabe für alle Schäle. Alle nicht. Dann geh ich mal ins Tassino. Oder was das ist. Schatz, sind wir hier alleine? Mhm. Ich kann dir auch sagen, warum wir hier alleine sind. Das würde ich gerne dann sagen. Weil es keine Lübe gibt. Erstens das und zweitens, weil es mitten auf der Zone. Also mitten auf der Fluglinie ist. Und da stimmt so selten einer hin. Okay. Außer es ist ein direkter Holzbötz. Naja, genau. Oder es ist eine Lupe in der Nähe. Also hier ist jetzt zwar einer, aber... Die ist jetzt zu dicht. Die muss ich kaum einer. Weil es halt ähm... Mitte da ist. Es spricht keiner. Ganz ehrlich, dass da mal einer entspricht. Woll ist er? Ob da ist jemand näher dran? Ne, da Pico ist glaube ich näher dran. Wieso, ich bin nicht näher dran. Ich bin selber dran. Ich geh, ich geh, ich geh, ja. Ja. Das Böbel ist drauf oder ist das kaputt? Dann höre ich mir gleich noch einen Trophi tun. Dann hat auch eins. Ziel aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Geh holen. Ja. Ne, Leon ist neu. Ich bin da, ich bin da. Ja, ist in der Weste drin. Können wir uns selbst Revive holen oder wir holen uns unsere Auslieberung? Weck halt hin. Hab Geld gefunden. Ich geh auch Geld hin. Ne, ne, hol ich. Auslieberung, ne? Mhm. So, ich krieg ihm noch Geld vor euch mit von selbst. Gebe ihm noch ein bisschen was ab, jeden. Wird er ein bisschen Kohle hat. Weiß ich hab 10.000. Okay, ich bin... Ich bin geflasht, ich auch. Ich bin angegriffen. Ja, ich hab glaube ich gesehen von wo, von links. Au. Flieger. Ja, natürlich. Von allen Seiten. Alter, da ist es hier. Hau mal ab, he? Maus irgendein. Ja, ja. Muss abhauen. Schaffst du nicht gegen die alle. Ah, dieser scheiß Auslieferung. Immer das gleiche. Scheiße. Aber wie der, wie der unbedingt einfach draufhalten kann. Mann, das ist so schön. Boah, ich sag' ich scheiß Bock, Flinte. Bei mir ist keiner am Gulag von euch. Wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance. Links. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz. Das war ein Grundshot, Alter. So, wo seid ihr denn? Tod. Alle? Nein, ich nicht noch. Peter? Ja, ich komm zu dir runter. Ja, genau. Ja, das Problem ist halt, dass da die Auslieferung ist. Und da sind auch die ganzen Gegner, ne? Wollen wir ein bisschen weiter nach hinten? So in die Richtung? Ja. Gib mir mit Akimbo direkt ein Headshot. Ableser. Komm. Aber hier ist schon alles offen, ne? Also passt auf dann. Ja. 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 Ich hab direkt ein Headshot. Hier liegt ein Haufen Waffen rum. Das nicht, aber... Ja. Der Haufen Waffen ist für mich zu weit weg. Naja, ich komm zu euch. Oh, du hättest das Geld behalten, ey Scheiße. Ich hab das ausgegeben dort rausgehauen. Ja, vor allen Dingen, ich hatte noch 10.000 dort liegen. Das haben die jetzt, ja. Ja. Eine Flasche kannst du noch abgeben, dann? Hier, in dem hast du Geld. Haben wir einen Schöpf, oder? Ich guck mal. Ja, drück mal an AG. Hier oben gehen, ja? Oder... Da ist ein Gamer, hoch oder Stadion? Lass uns hoch gehen. Ja, geht hoch. Da ist einer, da ist einer oben. Da sind zwei oben. Okay. Links Leon. So weit, links. Warum sehe ich nichts? Hier ungefähr schon eine andere Markierung Leon. Warum krieg ich schon wieder auf den Sack, Alter? Ey, geh doch über diese... Kommt mal rein hier. Ja, natürlich. Dreck. Pico, wo bist du? Ich bin tot. Du bist tot? Scheiße. Nur wir, aber alles in deinem Leben. Ich hab gedacht, Pico ist auch total scheiße. Haben wir doch gesagt, dass wir tot sind? Ja, aber irgendwie... Ansonsten links unten gucken ist immer ein ganz... Ne, ich war irgendwie der Meinung, dass Pico da ist, weil irgendwas gesagt hatte, wir gehen da hin oder sowas. Nee. Du wirst die ganze Zeit mit mir kommuniziert und ich bin... Der andere Ossi. Ja, da hab ich irgendwie einen völligen Denkfehler gehabt. Ja, da hab ich irgendwie einen völligen Denkfehler gehabt. Ja, genau. Warum kannst du nicht einfach meinen Sappel halten, Alter? Das hat er doch irgendwie geschafft. Ey, ich auch nicht. Warum geht's nicht? Er wusste gar... Er wusste überhaupt gar nicht, wo der Gegner ist, wenn du nur am Sappeln bist. Zwei und drei ist doch so gut. Ja, ist ne Steigerung. Wird ne anfangen. Klar, von fünf. Von drei. So, jetzt können sie... Ach, ist doch ganz lustig. Ein bisschen. Sappel, sappel, sappel. Wo ist der Gegner? Keine Ahnung. Pico sappelt. Ja, ich bin immer nur ich, ja. Ja, typisch. Das ist ja keiner andere da. Eni redet die ganze Zeit mit mir, weil er denkt, ich bin da und ich sag nichts. Aber ich sappel. Ja, du... Okay, wir müssen differenzieren. Sappeln zum falschen Zeitpunkt. Pico, eins. Gut. Den hab ich nichts hinzuzufügen. Ja, das denk ich mir. Man erkennt immer noch seine Schweine am Gang, ne? Mhm. Bei Pico bin ich ja schon froh, wenn er die Feinde erkennt. Da kann ich dir Clips zeigen, du. Vielleicht die Fire und so, ne? Die hast du gar nicht mehr. Klar, die Clips sind gespeichert. Ehrlich? Ja. Kannst du die beiden bitte mal angucken. Nein, nein, nein. Auch wenn du in die falsche Richtung fährst, einfach mal. Gebraucht, fremd auf! In dem Verlager sitzt und wir dich im Altersheim besuchen, zeigen wir dir die Videos. Der Feind nähert sich. Der Training ist vorbei. Schauen wir, was du gelernt hast. Feinde landen im Einsatzgebiet. Viel zu sein an oben entgeht. Das ist schon markiert. Es sind zwei Flaggen. Die Flaggen sind wohl das A und O, wa? In letzter Zeit haben wir das gemacht, dass wir die Flaggen nehmen. Hat ja gut geklappt bis jetzt. Also ich muss sagen, allgemein ging es eigentlich. In kurzer Zeit hintereinander. Nee, hast du schon fünf Siege in kurzer Zeit hintereinander gemacht? Ich hatte vorige Woche, glaube ich, fünf Siege. Genau. Am Anfang haben das ja viele gemacht. Jetzt geht es, glaube ich, mittlerweile. Alle reinlaufen. Ja, das machen wir am Anfang aber immer, Leon. Weil wenn die Gegner runterkommen und du alleine drin bist, das kacke. Ja, 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 alles gut. Nee, saß noch. So, hier ist gleich die nächste Flagge in dem, äh, in dem zweiten Stock. Mach bloß was zu schießen. Ich muss das Ding stehen. Scheiß drauf. Gar nichts. Komm mit zur Flagge. Ja. Das ist doch nicht so aus, es wäre was mitgekommen. Häufig. Ich weiß nicht, ich hab nicht drauf geachtet. Ein bisschen, oh. Der Feint hat eine Krone eingenommen. Hier vorne sind welche. Ja, ja, links von uns auch. Ja, links. Oh, ich hab keine Waffe, nix. Ich kann dir was geben. Dann im Haus, Leon. Geh zu Pico. Genau hier in dem Haus, wo wir gerade sind, sind die gelandet. Hier oben ist nur noch eine Krone. Ja. Krone sind raus, nach hinten. Da sind doch Steps überall. Da sind wir wo? Über euch. Krone kommt wieder zurück. Ich mach meine Waffe her, bitte. Danke. Vorne ist bei dir Pico. Bei mir ist einer. Zwei. Einer K.O. Tod. Danke. Da können wir bleiben hinter dem Auto. Ist nicht instant gefallen. Der andere weiß ich nicht, aber der ist abgehauen. Ich weiß nicht, wohin er ist. Und nachladen. Die haben sich schon eine Auslieferung geholt. Da hinten, da hinten ist er. Da hinten, da hinten ist er. Da hinten ist er. Hinter dem Zellen ist er. Geh hier oben drauf. Sicher die Geschichte. Am Shop war er oder nicht? Halb ein. Markier. Wo ungefähr? Ja. Wer ist tot? Die Mois gelasht? Ja oder nein? Nein. Ja was zu schießen, wenn ich noch was vernünftiges? Naja, er hatte ja was. Granatenwerfer und die Waffe, die ich auch hab. Pfeilwerfer. Also die LK. Durchbauten. Das Schmeiß. Och, komm schon. Pico, hast du mir grad die Waffe weggenommen? Ich hab keine Waffe. Ja, gib die mir her, wieder los. Danke dir. Ja. Das war keine Absicht. Nee, kein Problem, alles gut. Ich wollte eigentlich ne Platte haben davon. Ich hab auf die Platte getrickt. Brauchst du noch ne Platte? Ich hab nur zwei extra. Nee, dann hätte ich mit. Zieh sie doch. Danke. So, jetzt hab ich keine mehr extra. Wollen wir die nächste Flagge holen wir noch? Ja klar, ich geh hin. Habt ihr noch ne Platte? Nope. Ja, ein Shop, stop, kaufen los. Ja, dann Kohle her. Ihr habt doch alle Geld für den Schöpfen. Von der Platte zu kaufen. Die Plattenkiste kostet 6.000. Ach, die Kiste ist ne gute Idee. Was bereitet sich aus? Ist wirklich ne gute Idee. Komm her. Das heißt, wir müssen jetzt aber ganz schnell laufen. Die Plattenkiste ist nichts. Macht euch voll und weg hier. Dann steckt gleich Platten nach bitte. Pico. Ja. Entkomme und überlebe. Wir werden schon von hinten beschossen. Ja, Schatz, wir müssen weg. Wir werden schon von hinten beschossen. Ich sag's bloß, dass von hinten beschossen war. Ja, dann gehen wir gleich über die Mauer und warten, was denn da ankommt. Und sagen nur kurz Hello again. Können ja dann so, was weiß ich, vielleicht so, was ich ne, hier so. Rücke vor. Hopp. Anhaltspunkt. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. In den Kreis. MP entdeckt. Hier. Kann ich gebrauchen. Und Leon lässt die Drohne liegen, die da drinnen lag. Da lag eine Drohne? Ah, sorry. Ich hab nicht gesehen. Ja, ja. Alles gut. Hab ich nicht gesehen. Nein. Die wertvollen Sachen bleiben drinnen. Hinter uns ist das Auto. Vor uns Heli. Bestimmt zum Schopper. Bei der Mobilität ist das Gewehr, was du mir gegeben hattest. Pass hoch. Ah, okay. Pico, alles gut? Ja. Ich hab immer noch nichts gescheit zu schießen. Haha. Können die was abgeben zur Not? Ne, ne. Alles gut. Ich find ja noch was. Ja. Können die auch was abgeben. Willst du ein Stromgewehr geben? Ne, ich hab jetzt ne MG, das reicht. Habt ihr noch ne Drohne gefunden? Feindliche Drohne über uns. Wir haben einen Herzschlagsensor dabei, ne? Ja, ich. Schon immer mal. Ich seh nicht. Weiter Richtung gelber Markierung oder ne so? Ja, so grob die Richtung. Wo hast du markiert? Ist sie weg? Ja, ich bin grob da. Ja, feind. Platzierung in Position. Gehe rein. Guckt doch, wer hinter uns? Ja, guck ich grad. Kontakt. ja alles klar ich bin fast da guckt auch um die ecke besser down der ist weggelaufen in richtung ohne also raus aus der zone und das würde ich mitnehmen da ist noch ein falscher über dem haus hier hier ist er bestimmt zum shop klar oder da ist die richtung ja oben auf dem dach aber wenn man selbst reweih wollen gegenwächst sind so viele kisten kontakt 0 bei denen hier kann noch geld abgeben leider nichts von uns ach ist ko ich weiß nicht ob dauerung ich bin doch im haus peter kannst du mich holen ja ich muss aufpassen der eine auf dem dach hat glaube ich selbst revive bei der renne pico im haus und warte ob das hier dann kommt ich habe keine munition mehr und der ist bei mir und nicht in den rechts habe ich den in der ist bei 255 geht geht links rüber richtung südwesten ich habe keine munition mehr scheiße das brauchst du können wir hier rein in das häusel ja ja ich bin unter das ich komme zu dir ja ich komme zu dir ja m4 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 super ich bin auch im gulag kontakt links kontakt links des links an dem tor tonne ja hier kommen sie gucken wir auf das dach hier warte mal ob der typ komplett weg war dann hast du vielleicht loot das weg auf dem weg auf dem weg auf der panzerung auf der panzerung ist weg weißliche drohne über uns genau geht da hin Hier liegen gut Waffen und allem drum und dran und Panzerung und allem was was ich hier hatte So geben wir mal ein bisschen Geld ab und holen wir nochmal Platten für die anderen Facts Für den Zero und so Ich hab genug, ich hab genug Hast du noch gute Waffe? Ich geh dann holen wir noch Selbstvervive oder sowas Ja ich muss Geld abgeben auf jeden Fall Ja ich komm, ich komm, ich komm Wie hat er sich noch Selbstvervive holen können oder so Oder eine Gasmaske vielleicht Was kostest du 4.000 oder was? Ja Vielleicht noch eine Träume, wenn du was übrig hast Selbstvervive, oben was kostet Gasmaske? Drunten hab ich drei Gut, Gasmaske wieder begehoben Weiter Ganz schnell, let's go Oben auf dem Tank Ganz oben Ganz oben Ja, ich sehs Wollen wir uns links halten hier oder? Der guckt doch bestimmt, der hat's doch schon gesehen oder nicht? Ne, aber da müssen irgendwo welche sein, da kommt ein Clusterschlag her Seht ihr das Licht? Das ist Sonne Direkt vor uns am Berg Sonne Sonne, das ist Sonne Gegner markiert in der Tankstelle, äh, in der Garage Okay So, die laufen ein bisschen, bisschen außerhalb Garage hab ich Ab hier, Ronnen, Lele Ja, ist da an Der war, der war nicht sofort weg, der war nicht sofort weg War unbedingt noch nie, ey Okay Ja, ich hab noch Munition Wo, 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 wo? Ja, überall, überall Überall Hier markiert, die rennen weg Wo, wo? Wo kommt das jetzt? Den, da, wo ich mal gehört habe hinterm Stein noch Die warten Die warten Die warten Die müssen hier weg und dann komm vorbei mach deinen gegner fertig und ach natürlich ach natürlich eintreff nach dem Leutfeld und jetzt bin ich down perfekt 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 wie geht das schießt schießt es auf jeden Fall hier ist eine Menge da ist einer zwei beim Auto ruhig Kunde auch laden da war grad das Gesicht auch nicht Schlechte Idee da rein zu rennen Vorne in dem Haus ist was drin gewesen ja ich will jetzt du müsst sowieso weiter es nützt dir sowieso nichts du stehst du bist öfter nein nein nicht geh nicht rechts rum geh nicht rechts rum der ist da gerade die Leiter hochgelaufen ich hab Gasmaske ich kann links rum gehen rechts schießt es schon ich dreh es aber wieso rennen sie da war der Picker ich hab's doch gesagt dass es nicht mehr zu weil ich mir dann bitte schon reinkommen das hat mich verwirrt ich hab doch zuerst geschossen hä ja ich hab das größere Gewehr ich schieß zuerst und fall tot um ey ist fucks sake oh hakimbo hm quico links hinter dir ja das war alles dass du mit dem Controller gespielt hast haha dann wärs automatisch auf den Gegner drüber gegangen hm hm los auf einen wer ist der Pistilgott hm das werden wir gleich sehen dann guck mal ja ja such dir was raus du kannst auch Kisten sammeln also Lupe dauert ein bisschen länger aber meinst du dass der Treiben genug überlebt ja ich bin ja schon froh wenn der Fallschirm öffnet haha ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert Schütze da ist ne Kiste da ist nichts gesetzt drin mit der scheiß verkackten Karabiner naja rechts rechts noch besser wir noch so gut der Termin ist hochgegangen das ist der Schrotflinte von hinten kommt irgendwas links hinten und dann 2 0 0 0 0 1 0 0 Ich gehe noch auf die Runde. Karabiner? Keil gedämpft, der Karabiner. Hmm, besser. Mhm, schlecht ist die Schuss. Nee, ihr brauchst die Calle. Frage, wer war der Pistol Gott? Ich hab ihn nicht gehört. Ich auch nicht. Habt ihr ihn gehört? Ich hab ihn nicht gehört. Nicht mal ansatzweise. Der stand bestimmt schon eine ganze Weile dort drinnen. Der ist hinter mir reingekommen. Alles? Ja. Ich find's halt immer nur so stark interessant, dass du mit den dicken fetten Waffen neben einstehen kannst. Zuerst schießen kannst, die Leute fallen nicht um, die drehen sich um, machen nicht platt. Aber mit der Pistole brauchst du nur dreimal treffen. Die Pistole ist wirklich stark, muss man eigentlich sagen, ne? Pistole dreimal treffen, da hast du den instant down. Okay, alles klar. Kann man machen. Passt schon. Guckst du den Roni-Server jetzt? Ja, bitte. Ne irgendeine Rohren gehen? Ja. Oh Mann. Geht, geht alle rauchen. Alle. Alle. Ich eigentlich nicht, aber wieso? Was los? Nö, alles gut. Bist du unterwegs im Camping? Ich will mir was, ich will mir irgendwas holen. Wieso, Pico? Möchtest du eine kurze Runde mal probieren gehen? Kein Problem. Wahrscheinlich. Ich will. Ich kann starten. Kommen Sie zu. Kommen Sie zu. Mastipolani, äh. Genau. Wir warten um Sierra. Wie immer. Sierra roch zu viel. Das wär auch. Ja, ja. Nur am Rohren. Hier geht bestimmt kacken oder was? Hast du Angst gehabt jetzt mal? Du bist eine Pfeise. Mhm. Du bist eine Pfeise. Eine Piepe? Einfach eine Piepe ist er. Und ich sieg jetzt heute ins Bett noch, also strengt euch an. Wer geht ins Bett? Achso, ich nach dieser Runde, ja. Du ne. Stimmt. Ja, doch, doch. Du musst wieder früh raus morgen. Äh. Du brauchst ja Geld, nee. Äh. Alles klar. Annie hat gesagt, äh, ich darf mit dir nicht spielen. Erklär das mal beim Dreijährigen. Ja. Das macht der auch. Als Pädagoge kennt das Annie. Mhm. Das würd ich sehen. So viel Pädagoge kann er gar nicht sein. Naja. Das kann ja nur sein, das geht wild. Aber das ist für Annie egal. Okay. Wir haben ne kurze klare Ansage und dann ist es gegessen. Ja. Wahrscheinlich. Ohne Diskussion. Ah, ja, ja. Empathie ist nicht jedem gegeben, ne? Mhm. So sieht's aus, Leon. Merke, du kennst dich aus. Ok. Obwohl gerade als Pädagoge müsstest du ziemlich viel Empathie haben. Ach. Ja, ja. Der Stumpfste hat mit dir auch. Ich glaub als CNC-Techniker stumpfste ab. Warum? Feinde landen im Einsatz. Ok. Weil das so eintönig ist. Weil das ne eintönige Scheißarbeit ist. Ne, das ist nicht überhaupt ne eintönig. Maschine füttern, Maschine programmieren, hinsetzen, vier Stunden warten. Ne, ne. So ist es, ne? Ja. Ah, ok. Alles klar. Pico, deine Arbeit möchte ich nicht machen. Das wäre mir echt zu langweilig. Pico, so wie du arbeitest, würde ich gerne meinen Urlaub verbringen. Wie, was? Wie ich arbeite würdest du, was? Genug Training. Jetzt stellen wir uns dem echten Feind. So wie du arbeitest, würde ich gerne meinen Urlaub verbringen. Das glaub ich eher weniger. Ich glaub, Pico war noch nie ruhig arbeiten. Ich hab kaum. Ihr habt keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Es ist Schieber, boi. Große, große König. Guck mir nichts da hin, naja. Der Martin sagt an. Sag an. Der Martin sagt an, ja. Der Martin sagt an, ja. Da weiß ich jetzt schon, wo es hingeht. Ja, wo denn? Lass los. Ping. Okay, ich hab mich gehört. Okay, ich hab mich gehört. Jetzt erst recht. Geil. Ich hab mich gehört. Ich hab mich gehört. Ich hätte eigentlich gedacht, du machst Superstar oder sowas. Jawohl. Ich hätte den Port gebracht oder sowas. Was? Boah. Ja. Ja. Das Sirup markiert nicht beim Port neben die Diebne. Okay. Dann werden wir zurück in den Port gehen. Nein, nein. Geh uns kein Wein. Geh ins Haus. Okay. Ich hab was zu schießen, wir können die Leute holen gehen. Ich hab Geld. Ich hab Geld. Können auch nicht. Ich hab auch Geld gefunden. Und Totenstille. Da können wir uns jetzt vercampen. Ich hab ein bisschen mehr schon. Alles gut. Warte, jetzt hab ich noch den selbst gefunden. Aber immer noch nichts zu schießen, ja. Ich hab schon was zu schießen. Oh, ich hab ne Pumpe gefunden. Das ist doch besser als gar nichts. Könnte ich auch was zu schießen. Ich würde mal eine Pistole probieren. Leona nimmt noch eine Pistole. Leona hast du da unten noch etwas zu schießen gesehen? Nicht wirklich, da war so ein bisschen Kleinkrams. Ja gut, das ist schon was. Schrotflinte gefunden. Das ist nämlich besser als nichts. Rüben hab ich es nicht gesehen. Ich auch nicht, geh ich rüber. Chef das saucht. Wir sind noch ein bisschen oben oben. Da war ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer da runter gesprungen ist. Da war markiert. Ja, nein, ja. Der Tank war nicht. Da war neu markiert. Weil sie dann noch ein Auto fahren wollen. Super. Warum ist denn beim Bunker keiner gewesen? Ey, das wundert mich so. Haben die da echt alle Schiss vor? Nee, das nicht. Ist verschieden halt. Hat er mehr Platten übrig? Jo, nein. Nein. Ich hab einer. Ich hab einer. Dann gib mal so einen. Schönen Euro verkaufen. Oh. Oh. Nein. Ignorieren. Die nehm ich doch gern. Dann ist Pico. Aka. Oh, her damit. Jo, es ist auch noch klar, was du da hast. Da müssen die Aka sind. Auch unten. Ja, steck dir eine Platte hin, Leon. Hier ist noch ein Trophy. Hier. Moin, Trophy. Munitionsdepot. Dankeschön. Ich mag die Polizeistation. Da ist immer was los. Notplitte gefunden. Was ist er hier? Hm. Markierung in Position. Geh rein. Ich geh zur Feuerwehr. Ich geh dahin, wo Silo markiert hat. Ich geh dahin, wo Silo markiert hat. Ich geh jetzt dahin, wo ich markiert hab. Ach so, ich hab's gar nicht gesehen. Ja, da liegt der Hund begraben, Pico. Genau da liegt der Hund begraben. Das kriegst du nicht mit, aber sammeln du es wie ein Großer. Ich hab ja in die andere Richtung geguckt, da konnte ich die Markierung nicht sehen. Bitte verzeiht mir. Was, ne Map wo du gucken kannst? Nein, 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 nein. Ne Map, Pico. Du musst wirklich mehr nach Map arbeiten, Pico. Soll ich hier irgendwas Kopfgeld? Ich nehme mal Kopfgeld an, ne? Ach, das ist wahrscheinlich oben drauf, ne? Strote Flinte gefunden. Strote Flinte. Strote. Das Geldtechnisch ist grad echt mal was wir gefunden haben. Leiter. Leon, ich hatte dir eine Platte hingelegt, du hast dir wohl gar nicht mitgenommen? Doch, hab ich. Ich hab's noch nicht reingesteckt. Ach, ich hab's noch nicht reingesteckt. Ja, okay, sorry, my fail. Absolut. Ja, Achtung, Gegner müssen in der Nähe sein, jetzt hier vorne. Ein Krönchen. Nee, auf das Kopfgeld muss hier in der Nähe sein. Ja, ein Krönchen, aber... Die vorne hinten mit der LKW, das ist der LKW, glaube ich. Ja, ja, ja. Nee, ist er nicht. Die sind am Stopp. Ein Pico bei dir drüben irgendwo. Ja, die haben Auslieferung gekauft. Auslieferung. Auf den Weg. Das war, dass wir so weit weg sind, die hätten doch gut pushen können. Ja, ich muss immer laufen. Ja, ich auch. Wer hier kommt auch runter. Innersnippt. Weiter noch. Ich geh hin und das musst du zu hin. Innersnippt oder links irgendwo? Ja, ich hab gesehen. Eingenockt. Pico, wieso gehst du vorher? Oh, okay. Ich hab alles gelasht. Ich hab doch angesagt, dass ich vorgehe. Ja, hat er gesagt. Habe ich auch nicht mehr. Ja, nee, ich hab's auch nicht gehört. Ach, haben wir grad das Kopfgeld gekriegt? Ha! Sehr cool. Und die haben nie ihre Auslieferung verkackt. Boah, die haben die Zwerge gekürft. Hm. Das war schon bei uns. Echt? Leider seh ich hier keine Auslieferung. Ich such grad vielleicht nicht noch eine hier. Die haben beide schon geworfen. Hm. Ja, wenn die Zwerge alles gelöscht ist, dann warst du's dann, ja. Ach, nee, unbedingt. Will wir eine Scope haben? Nee, ich hab eine. Oh, Herzschlag-Sensor. Ich hab grad einen wirklich mit der Scope weggemacht, das ist ja cool. Ja, den, den hier vorne. Da war halt nur so'n kleiner Scheiß-Kopf rausgeguckt. Oh, krass. Kommt der da, wieder runter. Markierung infosikiert, das letzte. Scheiße haben wir drauf. Annie, hier ist was für dich. Habe ich hier einen Raketenwerfer. Was denn? Ein Granatwerfer. War eine Knochen in die Schatten? Ist da neiner? Nee, ist da, hier die. Wo, wo, wo waren wir hin? Wo waren? Bahn. Zero, Post. Ja. Lag irgendwo noch ne Plattenkiste rum, ne? Dacht ich? Nee, ne Munitionskiste. Ich hol immer Platten hier. Bin schon unten. Ja. Ich kann sie nur mitnehmen. Wie ein Vier steckt jetzt hier? Scheiße. Hier, komm her. Krieg's zwei. Komm mal her und hol die Platten bitte. Komm zurück. Kommt ein Auto. Kommt ein Auto im Shop. Kommt ein kleines Auto. Leute, kommt bitte hoch. Ja, ich bin auf dem Weg. Sollte, muss ich wegen jetzt fünf Platten da hoch latschen, ja? Ja. Toller Quatsch. Ich habe extra welche geholt gehabt. Kein Problem, ich habe auch nur noch eine Ersatzplatte. Aha. So, hab vier Stück gereicht. Siehste, hat doch einer ne Panzerkiste mitgehabt? Hat die Panzerung. Ja, ich hab's doch gesagt. Ja, ich hab keine. Ich hab ne Munitionskiste. Egal, da oben. Ich hab's doch schon extra gefragt. Da hab ich dich nicht gehört, wenn du gar einen Protokoll hast. Aber es ist schön, wie wir uns immer gegenseitig nicht hören. Naja. Das passiert halt manchmal. Oh, das liegt so scheiße. Da will ich echt nicht hin. Jetzt scheiße, ob wir aus der Auslieferung sind. Es sind zwei. Rücken gehen. Ja. Rücken gehen. Ja. Guck mal, das Kissen. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich da nicht runterspringen darf? Wegen Strom. Wegen Strom. Du darfst aber drüber springen. Welche Richtung müssen wir fahren? Guckt mal. Bevor die Zäune kommt. Gegenüber. Ja. Was sind die jetzt hier? Jupp. Okay. Okay, ist das cool? Ich weiß es nicht. Du musst es gleich sehen. Passiert nichts. Ja, aber man kommt schnell von A nach B oder was? Hm. Wir sind mal in die Fallschrechte gefahren. Da waren wir bei Haus. Geht das Wurzgerät auch mal. Geht das Wurzgerät auch mal. Geht das Wurzgerät auch mal. Geht das Wurzgerät. Geht das Wurzgerät. Geht das Wurzgerät. Raus. Raus. Raus aus dem Flug. Raus aus dem Flug. Der fährt sonst ohne nicht mehr. Und das Z4 mit. dir ist kommt genug mit. Klar. Werden von euch alten Sniper mit? Ich habe eins. Ja, ich habe eins. Ich habe eins. Ja, dann lasst es liegen. Ich kriege natürlich den Stromschlag. Wir sind gerade relativ mittig zu hne. Ich weiß. Ich weiß, warum ich mit der U-Bahn fahren wollte. Mit der U-Bahn. Hab ich schon noch nicht gecheckt. wie viel platten hat jeder 0 pico gib mir mal bitte ein zwei platten ab wie viel hat jetzt die gegner 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 ich hörs doch ich hab zwei jetzt sie ist aber nicht auf dem herzschlag ist die rolleur in platten wie viel 3 2 und für die schankt das haben wir alle drei Oh nicht, Scheiße, ich verliebt jetzt, ich hab die Plattenkiste mitgenommen. Na dann schmeiß doch. Ja, ich würde ihn noch aufheben. Ich würde ihn noch aufheben, jetzt ja. Da, Gegner. Markierung und Position, gehe rein. Hat man eine Munitionskiste, falls einer Munition braucht. Ach, nö. Mir fehlt nicht den Schuss. Wenn du jetzt jeden Schuss, da brauchst du eine ganze Platte für, eine ganze Kiste für. Keine Auslieferung, das jetzt gehabt, oder? Nö, nö. Das ist immer abgehauen, davor. Boah, günstig, die lag scheiße. Ach, wir haben hier schon viele Stunden verbracht drin. Haben wir nicht mal so eine Runde fast gewonnen? Mhm. Wo wir nichts mehr hatten, eigentlich? Mhm. Hier könnte aber, hier ist Hertha, kommt noch einer mit. Ich glaube, das ist doch ein Plan zu verstehen. Feindliche Drohne über uns. Das ist schlecht. Ja, das ist egal. Können wir von vorne kommen oder von da oben. Und wir sind da oben, müssen sie die Leiter nehmen, sonst sterben wir. Ja. Schmeißen, oder schmeißen Granaten rein, da sind wir dort. Nö, so schau nicht. Ich hab kein Profi mehr. Die meisten wissen nicht mal, wo diese Eingänge sind. Die sind nicht so offensichtlich. Bestimmt. Können wir uns hier an den Computer setzen und COD spielen? Na los, ich mach mit. Los, geht los, ja. Du siehst ja nichts mehr. Annie, beitreten. Gib mir mein Pad. Was ist los? Ach, ja. Die Tür zu. Feindliche Drohne über uns. Geht da sowieso keiner mehr mit. Weil kann auch keiner mehr mitfahren. Ne, theoretisch, ne. Schaut er. Na, wir müssen übers Verhält. Oh, Kotze. Warte, ich spiel Opfer. Okay, halt, ne. Ich schau dann gleichzeitig hoch und ziehe die Granate ab. Da hin, so, oder? Irgendwo in den Bunker rein. Genau, ne. Ne, ich würd eher in Richtung Swerry gehen. Ganz ehrlich. Ja, wir können noch zum Shop. Ah, der Shop ist zu weit weg. Das ist nur zu dem ersten markierten Haus. Einfach nur von Deckung zu Deckung ein bisschen. Oh, Wiederbelegungskette. Sehr cool. Ich hab auch schon eins da drin gefunden. Ich, ne. Hier sind's auch noch. Wiederbelegungskette. Ne, ne, nimm du's, oder ich? Wenn ihr? Ja, ja. Mit der Antwort, oder? Da oben sind wir da schon. Ach, ich hab auch noch eins gefunden, Annie. Hinter uns. Annie, wir sind schon alle weg. Annie. Wachtest du? Ja, wurde gesorgt. Ja, dass er los macht, hab ich nicht gehört. Und guck mal, gerade weißt du doch auch. Ja, ne, ich hab gerade auf den Fallen geguckt, den ich mal gehört hab. Hast du mir vor uns vorgeworfen mit der Karte, ne? Aber ich hab gerade nach dem Fallen geguckt. Hm, hab ich auch gemacht vor uns, egal. Passiert halt mal. Ach, ihr habt's nicht viel Zeit. Ach, so an sie sich. Das ist ein Sinnloser öfter, den brauchst du nie annehmen. Doch, wenn du, wenn du ein Auto hast, oder so, schon nur da alleine bist, dann kann viel viel Weihung sonst kaufen. Na gut, das putzen Hausnehmer jetzt nicht da. Markierung in Position. Gehe rein. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Ich hab Schüsse gehört. Herzschlag sagt nein. Herzschlag sagt nicht alles. Jetzt sind es noch. Das ist oben auf dem Dach. Und das kann auch eine Falle sein. Das ist nur oben auf dem Dach. Braucht das irgendwer? Das Kopfgeld würde ich gerne eine Minute einnehmen. Ich warte hier. Wahnsinn. Ich wollte mich nicht vor deiner Nase setzen. Nee, alles cool. Ja, ich würde sagen, warten wir es ab, ne? Jupp. Okay, die Krone habt ihr gesehen? Ja, ja. Irgendwie fehlen ja trotzdem die Kisten. Da hätten doch schon Wetter welche kommen müssen, oder? So ist nichts. Nee, die kommen noch nicht. Ich geh bloß mal, wo ein Feind los. Ja, ich geh hier drüben lang. Ja, ja. Ich scroll jetzt so weit weg. Ja, Query wird voll sein, glaube ich. Ja, ja. Military Basin Query. Es wird keiner in die Mitte laufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, was frei fällt. Es geht aber in die Mitte, die Zone. Tü-düm. Scheiße. Ja, Kontakt auf. Da. Das Missionsziel lautet, das Kopf geht nicht auf. Links sind Kopfgelder da. Richtung Westen. Gegner. Shield broke. Denk an das Köpfergeld hin und rin. Ja, wir müssen eh vor. Oh, die Arme Sau, Alter. Oh, die Arme Sau. Ich geh bloß mal, wo welche sind. Hinter uns, Kopfgelder. Wir müssen bloß gleich gucken, wo wir hier hochkommen. Wir sind noch in der Zone. Ja, wir haben ja ein Problem mit den Hochkommen. Und die gehen jetzt rechts. Das Köpfergeld geht rechts hoch. Also, ja, links hoch. Links, links hoch. Ja, hier ist ein Aufstieg. Ja, ich wollte kurz sagen. Da hinten war dann eine Leiter gewesen, glaube ich. Ja. Herzschlag sagt nein. Ja, hier ist doch trotzdem ein' Leiter. Ach du, gleich ist er noch. Herzschlag sagt nein, ist er noch. Ja, ja. Mauer, glaube ich ist er noch. Ja, ich sage, gut wills sehen. Jetzt habe ich Kontakt. 40 Meter, der kommt zu uns. Hat mega Hit. Wir sind hinterm Stein verschrotten. Naja. Pico, kommst du her? Ist auf dem Dach. Könnt ihr mal gehen, wenn ihr seht? Bitte. Bin oben, bin oben. Lasst uns hier warte hochgehen, Leon hier lang. Autos weg da ran. Leon. Oh, Ginger. Am Truck, am Truck hinter euch. Von allen Seiten gerade. Ja, ja. Für uns hier rum. Hit. Auch von hinten ohne, auch von hinten hier spiert. Die Plattensteckung. Ich bin im Liege. Ich lebe mich selbst. Da steckt Platten. Ach ne, da. Von oben drüber. Oh, ich war bleder. Gut, ich habe den Gulag gewonnen. Falls du irgendwie nicht existierst. Du bist tot. Ein Team in Klinis ist mit Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Verhältst eine Ausrüstung. Ach. Der Gulag ist noch da. Einmal leiser. Ja, ja. Die Zone ist noch nicht klein. Mitte. Rechts. Mitte. Geht hinter dich. Geht weiter nach rechts rum. Alles gut. Ist an deinem Spawn. Links. Rechts. Links. Habt ihr doch gehört. Ja, ich bin down. Scorebacken oder irgendwas. War klar. Na, die verkämpfen sich hinter den Staden. Ekel. Verdammt. Ich guck für dich, Peter. Ja. Ja. Hier oben ist, 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 glaube ich nicht. Ich bin ziemlich los hier oben. Bereitert. Ich kann den Alkawain nicht stoppen, der fährt weg. Scheiße. Geil. Kommen wir an die Kiste? Ja, ja. Ist da ein Trophy? Nein. Okay. Werden wir fahren oder laufen? Wir werden immer das steuern. Laufen. Ja, der Scoper, der da oben an den Stein ist, der mich weggeholt hat, der ist mies zu sehen. Ich weiß nicht, dass nicht so schnell laufen. Ganz ruhig bleiben. Schön hinten bleiben. Ja, ist immer oben drauf. Hat einer T-T geworfen? Achso. Unten laufen zwei. Wir schießen auf den da hinten. Kontakt. Er ist hier über uns, Theo. Ja, ja, über uns ist einer. Ich hab das gehört. Bleibt einfach mal da. Wartet einfach mal. Ja, es bewegt sich was. Ja, der kann weiter über uns lösen. Ja, lass ihn doch. Ich geh hier drüben lang. Das Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicherheitszone. Wir müssen jetzt laufen, weil wir über die Zone rüber müssen. Wir müssen hier über die Zone rüber. Ich bin unterwegs. Da müssen wir uns beeilen. Die Zone kommt nämlich bald. Scheiße. Hm. Da kommst du nicht hoch, wir sind angearscht, glaube ich. Doch, doch kommst du eigentlich. Dann ist das so eine Aufgabe. Nee, kommst du nicht. Ja. Das ist eine Katastrophe, ey. Das ist, das, das, das ist so lächerlich, ey. Das Gas kommt. Haben die nicht geschafft das? Ja, also ich bin da oben. Auch mir läuft einer. Oh, Scheiße. Ich wollte nicht diese Waffe haben. Ich wollte doch einfach, dass die Platten haben. Pssst, Pico. Oh, Scheiße. Falsche Taste. Oh. Knockt. Down, inner. Knockt, oben. Ich schweiß den immer weiter. Scheiße. Fliege. Auto schweiß noch. Wenn du kämpfen willst, ist das deine Chance. Hier, Marner. Hier liegen Platten, hier liegen Platten rum. Gut, ich habe, ich habe, ich habe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hier drinnen, hinten ist der Sniper. Oah, ich will... Ich will... Fiege. Fiege. Die weiße, Brezi weg. Ich will... Wir sind angeschwissen. Wir sind angeschwissen. Wann, ich will... Fiege. Weißer Brezi weg, yo. Die weiße Brezi weg. Wir sind angeschwissen. Wir sind angeschwissen. Hörer, wir sind angeschwissen. Ah, schade. Ja, eher gegen vier. Ja, eher gegen vier. Ja, ja. Ein bisschen Pash gehabt mit der Zone, ne? Ja. Egal. Da sind trotzdem noch weit gekommen, hätte ich nicht gedacht. Wunder, wunder, halber, schicken wir noch. Ach, schade. Das war eine gute Runde. Das hat doch noch mal Henni uns geleitet hat. Genau. Ja, deswegen sagst du ja immer, ich will nicht leiden. Das ist doch einmal eine Entdeckssache. Ja, du musst doch... Ja, ein bisschen Glück ist da auch mit bei, klar. Aber du musst ja auch mal ein bisschen überlegen, was die nächsten Schritte sind, was uns am sinnvollsten... Scheiße, ich hab mich verdrückt. Wie kann man sich mit dem Schussknopf verdrücken? Piccolo, erklär mir das so, bitte. Das Problem ist, dass mein Markieren auf der Maus mit liegt. Mein Markieren ist bei mir Mausrad drücken, ja, zum Beispiel. Nee, stimmt gar nicht. Markieren ist bei mir Maustaste vier. Ja, genau, bei mir auch. Und die ist direkt neben dem Schießen. Okay. Fehler erkannt? Abstellen. Nee, ich bin's aber so gewohnt. Piccolo spielt ja auch mit Pfeiltasten, ne? Genau. Darfst du nicht vergessen. Ach doch, Gott, die Aktion, ja, alles klar. Du bist ja auch ein hässlicher AfD-Wähler. Das ist richtig. Also, weißt du was, also, weißt du was, also, Leon, mal ganz ehrlich, das mit dem hässlich, das nimmst du zurück. Das liegt im Auge des, äh, im Auge, äh, in deinem Auge des Betrachters, ne? In meinem Auge des Betrachters liegt das okay. Ach, Leon, ich hab dich trotzdem lieb. Ja, ja, du mich auch, Deutscher. Vor allen Dingen, da musst du noch einen draufsetzen, na? Na, sicher. No front. Ja, ich will jetzt so, so sind unsere halt, unsere, unsere, wie nennt man sie? Engländer halt. Klar, Dunkeldeutscher. Ey, Moment mal, das ganze, das ganze, das ganze, ey, Moment mal, das ganze, 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 das ganze Tömmelssachen, alle zu mir. Ja, pass auf, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ein Geschenk für, ich hab ein Geschenk für dich. Ich habe, äh, gestern bei mir auf dem Dachboden den Fußboden rausgerissen. Viel Uhr suchen. Ja. Ja, komm, such einen, machen wir noch. Ich hab, da hab ich den, da hab ich den Fußboden rausgerissen. Und dieser Fußboden wurde nach den ganzen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, die ich danach unter diesem Fußboden in meinem Leben Streifboden drinnen gefunden habe. Das kenn ich, haben wir auch gehabt. Ist der, ist der Fußboden von 1941. Und die ganzen Zeitungen nahmen das Reich und solche Geschichten, die ich da drin gefunden habe, die würden dich erzücken. Nee, ich glaube nicht. Mit, mit Fotos von deinem alten Kumpel Adi und sowas. Nee, da würd ich, da würd ich Black kriegen, würd ich da. Akkurat, Junge, akkurat. Mit, 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 äh, Soldaten auf Wirtschaftsurlaub. Oha. Und solche Sachen. Aber das würd ich aufheben. Das hat bestimmt mal irgendwann mal Zeitwert. Ach, das hat keine Zeitwert. Das sind nur Zeitungen aus 19, von 1939 bis 1941. Natürlich, da siehst du ein paar, du siehst ein paar Fotos von Adolf Hitler. Äh, du siehst, du siehst viele Propagandascheiße und wie hoch denn der Wüstenfuchs gelebt wird und was weiß ich alles. Ja, super. Aber das sind nur Hannover, Hannover Stadtanzeiger. Das sind Anzeigen drinnen mit ein paar Bilder. Ach so. Das ist, und ein paar Zeitschriften, das Reich. Ach so. Und ein paar Sachen, und ein paar Sachen, wo eben halt, was, was cool ist, auf jeden Fall, ist, ich hab ne kleine Zigaretten-Shuttle gefunden, von, von, äh, 1939, wo als Banerule der Reichste-Adler drauf ist, wo steht, drauf steht, äh, deutsches Reich. Das ist ganz cool. Wurtsch aufheben. Ich werd alles aufheben, das ist, halt, historisch wertvoll, aber mehr ist es nicht. Naja, für die Historie halt, natürlich, für was denn sonst. Auf jeden Fall weiß ich, wie alt der Fußboden da drin ist. Hahahaha. Wie viele landen im Einsatzgebiet. Nee, du wirst, wie, du wirst nur eins, wie, wie, wie alt der Belag überm Fußboden ist. Hahahaha. Ich war, ja, gut, das Haus ist von 1920, ne? Siehst du? Und da hatten die den Fußboden nochmal gemacht, das war halt die Trittschalte, die haben die Zeitungen reingeschmissen. Nee, gar nicht. Das ist... Das haben die so nicht gemacht. Haben die einfach so reingeschmissen. Das ist auch nur auf einem Bereich gewesen. Und wir hatten es beim Kumpel, wo wir die ganzen Fußboden rausgerubbt hatten, über das ganze Haus, wo wirklich direkt über die Dielen überall Zeitung verlegt worden ist. Vorbereitung ist beendet. Jetzt geht es ins Kriegsgebiet. Ich bin da voll dafür, dass ich, äh... Ach, wir waren Superstore noch nicht so oft. Wir hätten auch noch im Zug landen können. Nee, hätten wir auch machen können. Ähm, entweder wir überleben, äh, den Run, den Run aufs Klopopiel, oder... Oh, jetzt geht das nicht so oft. Oh, jetzt geht das nicht so oft. Das Fall nicht, ne? Super, Pio. Guck mal. Ach, 30 Leute sind es draußen. Unten rein? Oben? Nein, oben. Start. Ah, unten rein wäre geiler, ne? Ja. Ja. Aber von hinten rein? Jaaaa! Von hinten unten rein. Von draußen. Ja. Hier auch. Richtung Gnode. Ja, ich kann nicht markieren, ich fliege. Ich kann nicht markieren, wenn ich fliege. Ich geh jetzt hier rein. Die kommt schon rein. Was ist gut? Au, daneben gehüpft. Hat sich schon, hat sich schon erledigt mit dem. Warte mal auf, auf mich zuschießen. Ja, ja. Bring den nicht, der Giechner. Ich bin noch mehrfach schon runtergekümmt. Draußen war einer, der robbte da rein. Hinter uns. Ach, schade. Hinter uns. Down. Ich bin zuerst hinterher. Alter, wie die Bretzen sind. Ich hab noch einen genockt, also... Okay, also definitiv hab ich zwei geholt. Weg. Zero, ein. Und der Rest, naja. Gut, müssen wir halt mitziehen. Ist halt gut. Auch zwei. Noch einer. Hat ein blöd Blatt im Büro. Rechts von mir. Mhm. Den hab ich. Den hab ich. Ach, fuck. Kulak verloren. Der beschlissen gespielt. Das hat's dem Team nicht ausgelöscht. Da müssen wir an der Seite auch nicht. Der eine ist weggelaufen. Der hat ganz doll die Beine ihn angenommen. Feindliche Drohne über uns. Zum nächsten Gebiet vorrück. So verreicht zu werden. Die Maus gelöscht. Ich bin der einzige, der verreckt ist. Ah, okay. Merke ich's mir. Ich nehm' mich nicht wieder mit. Nee, kein Problem. Warte mal, ich drück' noch mal Escape. Und... Naja, trotz Tod sein steh' ich immer noch auf Platz 2, also von daher. Habe ich alles richtig gemacht? Über mich, oder? Fass, wo bist du denn? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Tot zu zero, Scheiße. Alles gut. Herzschlag, Sensor. Hier zwei Mann, zwei Mann hier drüben. Grüne Markierung. Hm, Foris? Das gibt's nicht. War selten dämlich. Ah, der Täter. Ah, ja. Das hast du selber gemerkt, ne? Oh, sorry. Ich mach noch ne Runde mit. Noch bin ich nicht weg. Ach so. Hast du ja selbst wiederbelebt? Ah ne, du bist ein Gulag. Ja, er hat trotzdem neu gestartet dann. Oh ne, ja gut. Nein. Nein, gespielt. Alles gut. Danach. Ich habe 5 Kills. Da geh ich jetzt nicht einfach. Okay, das geh ich nicht einfach. Okay. Bist du, wie Gott? Eigentlich. Was findest du mit dieser komischen Kackflacke? Das ist derzeitige Öfftraum. Diese Kackflacken, ne? Die sind echt belastend, ey. Selbst bei mir, oder bist du das? Du. Ich will das nicht sein. Du bist das. Du hast einen Herzklau-Sensor, Pico-Mensch. Ne, ja, sag doch. Zero ist es. Ach, das ist das grüne Ding. Geh weg. Ich habe keine Waffe. Nein. Nein. Nein, mach doch. Nimm selber hier. Ich habe genug. Nimm das Messer jetzt mit hier. Mach da durch Spezialmonie rein, Pico. Wie? Wenn du dir die Sachen immer so genau anguckst, da siehst gar keine Gegner kommen. Huch. Na. Du hier. Versorgung und Schwarzmarkieren. Wie teuer ist das P3-Sensor? Wie teuer ist das P3-Sensor? Wie teuer ist das P3-Sensor? Hier zu Hause, ich gehe. Was gehört's, Tiro? Ich gehe. Ja, tschüss. Wiedersehen. Wir sind immer noch hier. Kannst du nicht gehen? Ich kann es auch nicht verstehen, Martin. Ach. 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 May. Aber. Kann sein, dass die gleich kommen wenn die noch nicht mehr sind. Weil die haben sie mitgekriegt. Ja, ja. Ja, aus diesem Haus haben die auch gekauft. Die überhaupt . Nein. War, wie wird das denn? Okay. Du hast noch was Schönes für den Loot. und ich zusammenlegen reichen das nicht weil wir noch mal brauchen kein problem ich habe euch ein superstar geschickt aber pico kriegt besuch das ist ja lustig ich spüre wohl ich renne in die richtung ja du rennst in die richtung und da ist er da und das ist prima genau so sieht es aus im haus bei mir nicht die platten nicht feindliche droht er über uns hier bei mir jetzt nicht so was ist wo ist die wand schnockt da ist noch einer da ist er nicht im haus bei ihnen Er hat doch vorher durch die Wand geschossen bei mir, oder? Einfach. Guter Fall. Komisch, ich bin die ganze Zeit tot und bin trotzdem vom Fekterzweger. Kmaaa! Er hat doch vor uns einfach durch die Wand geschossen, oder? Nö, bei mir nicht. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Also im Haus kam es bei mir als wieder durch die Wand geschossen. Du bist durch die Wand geholt worden, ja. Ja, ne? Okay. Ich war bei dir drauf und du bist grad um die Ecke gekommen im Haus und hast durch die Wand zwei Schuss abgekriegt. Ja, es kann sein, dass er ja Durchschlagswaffe hatte, also durchschlagende Position. Ja. Du kannst nicht durch den Strauch schießen, aber durch Wände geht. Ja, das ist du. Okay. Da wo diese Treppe ist, ne, wo wir vorne waren, also Vorrunde, vorne in der Runde. Da gibt's eine bestimmte Stelle, da stehst du so offen, da kannst du richtig schön gucken. Kannst aber nicht drüber schießen. Da ist eine unsichtbare Wand, da ist eine Alpha Wand zwischen. Aber du kannst getroffen werden von der Position aus. Ich auch, super. Na klar. Ja. Das ist so Bullshit. Du darfst eins nicht vergessen. Es ist umsonst. Und es sind Features. Es sind alles nur Features. Alles nur Features. Es lief schon mal schlecht drauf, muss man nur sagen. Alles nur Features. Alles nur Features. Gut, die Zeit zum Üben. Der Einsatz bei Gepladen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Brutzel, die Brutzel. Ne, hier sind wir zufrieden. Geh weg. Das Training ist vorbei. Schauen wir was du gelernt hast. Ist das auch, wir haben endlich erledigt. Das ist ja super. Das ist ja super. Machen wir Walupe, Flagge. Eis hat begonnen, World of Warcraft zu spielen. Hm? Eis hat begonnen, World of Warcraft zu spielen. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Wer hat das abgekonnen? Eis. Ne. Ich bin ganz tot. Ich kenn das. Ich kenn nur Eis in der Eis fällt. Ich kenn nur ausbrauen. Ich kenn nur ausbrauen. Ist das genau dasselbe, wollte ich auch grad sagen. Du bist raus, Pico. Du konzentrierst dich auf deine Maus. Ich mitche nicht nach drinnen. Und schießt nicht. Hui, ich geh mal mal zurück. Ja, komm. Ja, ich geh mal zurück. Nach den Schiff waren voll. Ja, jetzt werde ich auch noch verfolgt. Ach ne der Zwiegel. Die Pflaume wird verfolgt. Ich hab nicht guckt. Gott, rechts von uns, ne? Ja, ja, da, guck mal da, so. Hab ich mal markiert. Ne, die wollen genau da hin, oder? Ja, ja. Was machen wir? Hingehen oder ne? Können wir rechts hingehen, ja. Lass mal das da, dann gehen wir hierher halt. Ja, ich würde es lassen. Du hast doch echt extrem Stress, wenn du die Placke dann einnehmen musst. Das Primärziel lautet, alle Ziele zurück. Habt ihr Pistole und Self-Revive, bin gerüstet, können losgehen. Ohne Huppen. Ich bin Rückländer. Ich werde euch einen Raketenwerfer, das ist noch besser. Ich hab sogar Bill Gates gefunden. Bill Gates, aber ich auch. Was hast du gefunden, Bill Gates? Ja, ich hab Bill Gates gefunden. Da ist hinten eine Munitionskiste, die würdest du benutzen direkt wollen. Würde ich hier gerne rüber wollen. MP entdeckt. Ja, was war denn das, bitteschön? Ich hab hier gerade einen verkackten Herz im Fakten gekriegt, alter. Hatte ich euch schon gekriegt. Hab ich auch gehabt. Was zur Hölle war das? Das wird es auch ist. Alter Schwede. Ich hatte das aber in den Moldis gehabt, wo es so dunkel ist, noch wisst du. Das ist doch nicht das. Ich geh hier rüber. Ah, dann. Ich bin fertig. Jetzt kommt er nicht mehr drauf, klar. Ja, komm mal da. Boah. Oh, wie ist diese blöde Kiste? Es gibt doch auch da, ist die Kiste. Ey, meine Pumpe geht gerade. Stein da rum. Ich hab's aber auch gerade gehabt. Yo, nehm ich doch Platz. Ja, Peter. Warten Sie mal Platz, ja. Können Sie nicht in das Türstehen. Rausend Sitz. Mach dann gleich die Träume mal an. Mh, mach mal. Guck mal, wo die hinter uns gleich sind. Wir brauchen Augen am Himmel. Start. Wir kommen zum Bestipp. Träume startet den Überflug. Okay, jetzt neu. Schnell in die Bank, Geld abholen. Okay, bloß nochmal, wo die Feinde jetzt kurz sind. Träume treibstoff aufgebaut. Du verlierst an Boden. Noch eine vernünftige Reife, ja. Und irgendwie nur Schrott. Verfolgen entkommen. Gute Arbeit. Hey, was soll ich denn hier mit einer verkackten Uzi-Junge? Ich habe auch schon, ich habe auch noch eine Munitionsküste. Also alles gut. Und ich bin voll. Ich finde hier nur verkackte Uzi-Junge. Was ist denn hier los? Andy, wollen wir zu der Markierung gehen, oder? Nee, da wollen die Feinde von uns. Ich glaube, nee. Achso, ich dachte, wir gehen da jetzt hin. Na, ist mal gut. Na, Andy ist hier Lieder. Der sagt jetzt an, wo es lang geht. Achso, ja. Andy, ich sag mal an. Hier liegt ein Scharfschützer in der Hammel. Mit Thermalen. Nee, da würde ich nicht. Nee, ich würde nicht. Der Heli ist gelandet oben. Ich würde nixens den Lupenauftrag hier drinnen mitnehmen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, machen wir auch. Wollen wir es auch machen? Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Wollen wir es auch machen? Wollen wir es auch machen? Alter, man bleibt auch überall hängen, ne? Hm. Das wird er abnehmen, Leon. Immer schön laut machen. Immer schön laut machen. Ich nehme die Kiste. Geht zur nächsten. Jo, mach auf. Ziel aktualisiert. Weiter zurück zum Standort. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich brauche so ruhig vernünftige Reifel. Ich wollte mal unten selbst ein Reifel. Hätten ja einen Job. Da wollen wir eine Ausgewogen holen dann. Schwert, oh. Haben wir sowieso gleich. Schwert, oh. Ich will selbst ein Reifel gehen. Na, natürlich so eine dicke, fette Scope, Junge. Ich hole den anderen. Wenn einer was Besseres übrig hat als den blauen Reifel, das wäre cool. Und die nicht braucht, wohlgemerkt. Dann lasst wir uns hier hingehen, dann auch so. Wir müssen auf jeden Fall laufen, wo die Zone kommt. Die ist hinter uns. Das ist schon angenommen, Herr. Ups. Ich bin einfach wieder vorbeigelaufen. Ich klaut der mir die Platten noch. Ich geh jetzt noch schnell, Plattenkürfen. Achtung, hier gibt es Munition und was auch immer. Hier gibt es eine MP. Hier gibt es Munition. Braucht das irgendwer? Ich laufe jetzt einfach mal. Schaffen werden wir sowieso, glaube ich, kaum noch. Ich wär ganz... Oh ja, ich warf jetzt schon eine Waffe weg. Oh scheiße, ich hab' ich kleine Gasmaske geholt. Das schaffen wir. Na, es wird knapp. Könnte man schaffen. Ich hab' ne Waffe weggeworfen. Ich renne mit Feuernsten. Schaffen wir uns ja, oder? Leon könnte es knapp werden. Oh scheiße, Hedge lassen sie werden. Ja, hätten wir geschafft. Na, könnte... So ist knapp. Nö. Na, nö, ich lass noch. Ich geh hier lang. Bist du da drauf, oder sind wir da kieken? Ich hab' beschossen. Ja, da ist sniped. Ja, vor uns. Direkt vor uns, zwei Leute. Oh, ich wurde geflasht. So. Und nochmal. Hinter uns. Hinter uns. Ah. Fuck sake. An der Mauer. Hinter euch an der Mauer. Mauer, Klammer. Eno. Nach vorne. Auf, auf das Dach. Hinter uns, er wieder. Alter, was war denn hier los, ey? Das waren so viele. Also. Garante. Garante. Ist das ernst? Da könntest du ja gerade nichts machen. Vom Dach aus da hinten. Da vorne. Da überall. Hallo auf uns. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe oder erneut eingesetzt zu werden. Okay, ähm, wer lebt denn noch? Okay. Der Kampf beginnt jetzt. Jetzt bist du dran. Mach dich bereit. Also military base. Das ist ja super. Das ist ja super. Dann fliegen wir halt zur military base, ne? Ja, genau. Ich bin tot. Wir müssen auch noch kommen, eventuell. Warten wir mal auf Andy oder bist du schon runter. Ich bin jetzt dran. Blöde, 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 blöde. Was ist das? Ich häng noch am Glockenseil. Was haben wir denn? Dann haben wir irgendwas. Krone ist auch blöd, ne? Ja, Krone macht keinen Sinn. Aber hier ist sonst nichts. Außer Kopfschildern. Wo wollen wir denn da hinfliegen? Wollen wir da zu den Zelten hinten hin? Gahin? Ja, ich würd eher sagen, da hin. Wo jetzt? Auf Zelt, auf der Gelände. Weil Zelte sind meistens weniger Waffen. Okay. Krone hätten die Juschen gemocht. Wir nehmen keine Krone. Wurde man in allgemein keinen Sinn. Hier ist der Shop schon offen. Hier ist gelootet. Ach so, wie? Ja, das ist dritt. Natürlich ist hier gelootet. Aber meistens was für Glück. Hier ist noch manchmal was. Lass uns mal Platten holen. Ach na gut, das ist doch scheiße dann. Will uns Geld vom Pico. Ich wollt grad sagen, dass es uns lieber fertig kommt. Das macht nichts. Ich wollt grad sagen, vielleicht ist es doch trotzdem sinnvoller. Ja, dann lass uns doch zusammenlegen. Ja gut. Hier ist ein Shop gewesen. Ja, ja. Ich sag, das filtern halt vielleicht. Ich geh mal rüber zu den Zelten. Klappt mir irgendwie nichts anderes übrig. Hier liegt alles voll. Na ja, da haben sie. Och ja, natürlich. Ja, ich bin down. Ja, 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 von oben, von oben. Links oben. Lass uns über die Mauer hinten wegmachen irgendwie wieder. Hm. Macht's zurück und haut ab und kuff Platten. Nimm an. Ich bin jetzt wieder hinten am Shop, wo wir waren. Hm, hm. Der Feind nähert sich. Hier kommt einer runter. Ich weiß nicht, wo er hingeflogen ist jetzt. Ja, nimm mal das Geld. Wo war denn der noch? Hab ich. Ich bin down. Ich weiß nicht, von wo. Von oben, vom Turm aus. Wo, wo es gibt. Radioturm, hau ab da. Ja, ja. Der kann da voll drauf gucken. Ja, das wusste ich auch, wo. Nee, ich nicht. Guck mal, ich geb dir nochmal. Wem, wem soll ich holen? Egal. Völlig egal. Den ersten. Leihonig steht oben. Echt? Ja. Okay, ja, wo soll ich hin? Guck dir was aus. Such dir ein schönes Plätzchen. Ein ruhiges. Ja, da sind viele, 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 viele. Da hat ein Grönchen, so ein rotes. Ja, nee, ey. Das ist kacke hier jetzt. Bestätigt. Der Sniper noch oben? Ja, ne? Ich seh den von hier aus nicht. Warte, wir warten noch, dass er noch zum Shop kommt. Ja, hab ich so gedacht. Ah, ein rotes Krönchen ist da, ja. Kämpft den Shop ab. Da sind überall rote Kronen. Nichts überall, aber da hat jede Menge noch was angenommen. Einmal abhöhlen. Da in die Feuerwehrkanze gehen, Leon, aber ich weiß nicht genau, was er ist. Was wissen Sie mit dem Händler, Leon? Schon gut. Ich will irgendwo hin, wo ich noch ein bisschen was herkriege. Ja, ja. Ja, ich springe genau in irgendwelche Leute rein. Die sind da überall. Hättest du das sagen können. Ey, vergiss es. Ich kann runtergehen, wo ich will. Die Zone ist zu klein und so viele Leute, aber das... Ach ja, die kämen fett in den Häusern am Kämpfen. Na ja, ist halt so. Es ist... Oh, was machen wir denn jetzt? Ich werde doch... Hm. Ist halt nicht mehr, ne? Hm. Einfach da warten mal, mal gucken. Die kämpften sich da zu tun, Bruder. Na ja. Die sind da drin. Der Sniper ist weg. Soll ich noch eine nächste Krone holen? Probier das gleich. Ich bin auf Drucker gestern. Zeit ist dumm. Ziel nicht erreicht. Braucht das Irgenbär? Braucht das Irgenbär? Braucht das Irgenbär? Wir sind im Kreis. Nicht alleine. Liegen in der Waffenserobe, wenn du was brauchst. Ich hab's dran. Pass auf links auf. Da ist direkt ein Gegner in dem Haus drinne. Wo Lila markiert ist. Da sind sie drinne. Ja, ich gehe doch auch. Da da. Wo zurückgehen wieder? Irgendwohin. Da wird gleich ne Menge kommen. Da vorne ist einer. Errora? Oh, scheiße. Ich nehme meine Kranade. Nix. Da ist noch mein Gang. Hi, Mann. Du kannst nicht fliegen. Ich bin unter Schutt. Ja. So ein langes Matchplatz 21. Na gut, das reicht für heute. Ja. Bin ich auch dafür. Ja. Dito. Ich wär jetzt auch rausgegangen. Todi oder Dito? Dito. Todis. Wer ist dieser Dita? Nicht Dita. Dito. Dito. Das ist jetzt.